In der Worst Night vom Dienstag, den 10. September 2019, haben wir uns auch das Star Citizen Live mit Todd Peppy und Brian Chambers und Chad McKinney angeschaut. Ich habe die Inhalte entsprechend vorgestellt und erklärt und die Ausschnitte daraus, die bringe ich euch jetzt hier nochmal ausgekoppelt auf meinem Videokanal. Dies ist der dritte und letzte Teil zum Thema Microtech und Server Vibes. Letzter Teil zum Thema Star Citizen Live. Wir sind noch nicht ganz durch, sondern wir haben noch interessante Informationen zu Microtech. Denn CRG hatte ja gesagt, dass Microtech nur ins Spiel kommen wird, bzw. dass die Voraussetzung dafür ist, Server-Object-Container-Streaming. Deswegen lautet die nächste Frage, warum ist Microtech auf der Roadmap Server-Object-Container-Streaming aber nicht? Wo Chris Roberts doch erklärt hat, dass es keine weiteren Spielinhalte, Schrägstrich Planeten, ohne Server-Object-Container-Streaming geben wird. Dazu erklärt Chad McKinney, dass man natürlich auf Server-Object-Container-Streaming, Klammer auf, light, Klammer zu, shield, aber man hier keine Datumszusagen machen möchte. Im Zweifelsfall, wenn sie es nicht schaffen, Server-Object-Container-Streaming umzusetzen, dann wird man bestehende, aktuell bestehende Gameplay-Inhalte, also respektive Monde, denke ich mal, Stationen, rausnehmen aus dem Verse, um Microtech implementieren zu können. Also vorübergehen, temporär entfernen. Weiterhin muss man bedenken, das hat dann Todd erzählt, dass Microtech sich aktuell in Erstellung befindet. Erst wenn man diese Umgebung mit all seinen Grafikbestandteilen, mit all seinen Level of Details, mit den notwendigen KI-Routinen und so weiter fertiggestellt hat, erst dann wird man den Einfluss auf das Spiel und die Bildwiederholraten de facto testen können. Weiterhin liegt die Hoffnung ein wenig auf das weiter verbesserte, sich in Verbesserung befindliche Client-Object-Container-Streaming. Das hat ja keinen Status Quo, sondern das wird immer weiter und weiter entwickelt und verbessert, effizienter gestaltet. Das haben wir auch gerade gelernt mit den Entitäten, dass sie die jetzt neu gestalten, dass sie die Logiken weiterentwickeln, so dass man eben Object-Container rausstreamt, während Microtech reingestreamt wird. Was sich definitiv nicht verändern wird, das ist die Anzahl der Spieler, das hat man hier nochmal bestätigt. Man agiert weiterhin mit 50 Spielern, was eben den Maximalwert möglich hat zu streamender Entitäten und Objekte recht variabel hält, dadurch, dass man hier einfach einen Fixpunkt hat. Die größten Herausforderungen jedes Planeten, unabhängig von der zugrunde liegenden Größe, das sind die Landezonen, weil die verfügen über eine riesige Anzahl an Entitäten und bedeutet, egal wo, einen gewaltigen Schlag gegen die Bildwiederholraten, weshalb hier maximal optimiert werden muss. Und genau da sieht Todd Peppy einen großen Mehrwert für das geplante Server-Object-Container-Streaming und sei es eben in der Lite-Version, weil es bedeutet, dass man ab dem Zeitpunkt eben auch beginnen kann, hier variabler zu werden und mehr Spielinhalte in das Spiel bringen zu können. Im Hinblick auf die Spielinhalte ist es nicht so, erklären Sie weiter, dass Server-Object-Container-Streaming hier zwingend notwendig wäre, um die ins Spiel bringen zu können. Aber, wie zuvor erklärt, sobald Server-Object-Container-Streaming implementiert ist, müssen sämtliche Spielfeatures, bestehende Features noch einmal angefasst werden, die Kompatibilität geprüft und sehr sicher Änderungen vorgenommen werden, weshalb man sich hier nach wie vor zurückhält mit neuen Features, bis Server-Object-Container-Streaming vollständig implementiert ist und stabil läuft. Also dieser Ruf nach neuen Features, nach Berufen und so weiter, dessen ist sich CIG bewusst, das würden Sie, glaube ich, auch gerne machen, interpretiere ich mal, aber Sie halten sich eben zurück, weil alles, was Sie jetzt vor Server-Object-Container-Streaming implementieren, bedeutet potenziell Federquellen und einen riesigen Aufwand, um das nachher dann entsprechend anzupassen. Deswegen werden wir hier nicht viel sehen, bis dieses Thema, dieses wirklich sehr essentielle Schlüsselthema implementiert ist. Letzte Frage. Wird die volle Persistenz die Server-Wipes beenden? Nein. Mit jedem Patch werden so viele technische Änderungen vorgenommen, dass es nicht möglich ist, Altdaten zu behalten. Beispielsweise werden annähernd mit jedem Patch Dateiformate geändert und zwar in dramatischer Anzahl. Die Bestandsdaten ständig weiter zu portieren von Patch zu Patch wäre also eine Sisyphus-Arbeit. Irgendwann wird es eine Strategie bezüglich der Änderungen geben. Nur zurzeit ist es eben so, wie Brian das sehr schön formuliert, dass Sie eine Situation haben, wo die Unbekannten unbekannt sind. Auf lange Sicht ist es das Ziel, Migrationen geplant durchzuführen, Datenformate zu portieren und so weiter. Dabei hat die Lösung dieser Situation eine hohe Priorität, denn CRG ist sich sehr bewusst, dass es auf Dauer frustrierend ist, ständig wieder von vorne zu beginnen. Aber solange Star Citizen in der Alpha ist, erzählt Todd Peppy sehr deutlich, behält sich CIG die Möglichkeit vor, Server und Accounts zurückzusetzen, wenn es technisch notwendig ist. Das heißt, dass alles, was wir im Spiel in der Alpha und sei es über sechs Monate, sei es über zwölf Monate uns erarbeitet, erwirtschaftet haben, werden sie irgendwann zurücksetzen, wenn das technisch notwendig ist. Wer damit nicht leben kann, sage ich jetzt mal so, der sollte, wie gesagt, das Spiel erstmal zur Seite legen und sich anderen Hobbys zuwenden. Dann erklärt er eben weiter, vielleicht wird das nicht jedes Quartal passieren, aber es wird passieren, definitiv. Letzten Endes, und das ist die Zwickmühle, die CRG im Moment hat, letzten Endes wollen sie natürlich trotzdem die Spieler motivieren, auch auf Langzeitziele hinzuarbeiten, was diese quartalsweisen Server-Wipes natürlich negieren. Sie brauchen die Motivation der Spieler, langfristige Ziele zu erreichen, dass sie also hinarbeiten auf die größeren Ziele, auf die großen Schiffe, auf die großen Reichtümer, nenne ich es mal. Weil es CIG hilft, zu verstehen, wie Spieler und Wirtschaft miteinander funktionieren, wie lange man benötigt, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, sind die Preise zu hoch, sind sie zu niedrig, wo sind welche Vorkommen und so weiter. Um hier früher zu dieser Situation zu kommen, entwickelt man eben noch eine Zwischenlösung, die vor der globalen Persistenz implementiert wird. Also diese Leitpersistenz, wie wir sie vorhin in dem vorherigen Themenblock erklärt haben, damit man eben erreichte Ziele länger als ein Quartal behalten kann. Aber wie gesagt, es wird immer wieder dazu kommen, solange wir nicht das Wörtchen Beta irgendwo in der Patch oder vor der Patchzahl haben, dass wir Server-Wipes bekommen werden. Das war's. Fragen? Ja, da haben wir schon mal eine Frage vom SteelPick im Chat, der eben meint, letztes Jahr habe doch Chris Roberts gesagt, dass wir, wenn wir die komplette Persistenz da haben, keine Vibes mehr haben werden. Die Frage kann ich direkt beantworten. Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Nee, es stimmt nicht ganz. Okay. Erzähl weiter. Ich denke, dass das schon so angedacht ist. Nur, was jetzt Brian Chambers und Todd Peppy da gemeint haben, ist, ja, wir sind wieder bei der Reihenfolge der Entwicklung für mich, weißt du? Ähm, 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 wenn, wenn gewisse Sachen dazukommen, dann bedeutet das wieder gewisse neue Datenbankstrukturen und dann muss ein Vibe her. So sehe ich das. Also, sie haben irgendwann eine gewisse Persistenz und, ähm, und das ist erstmal ihr Ziel und darauf bauen sie dann auf. Und es kommen neue Gameplay-Elemente dazu. Das heißt, da kommen jetzt 20 neue Datenbänke dazu mit so und so viel Tabellen für dies und dies Gameplay-Element und, äh, dann muss auch ein Vibe her. Ja, absolut, da hast du absolut recht, ja. Ja. Ähm, was schert mich in meinem Geschwätz von gestern ist nicht ganz richtig. Das, ähm, habe ich noch im Kopf, weil ich das übersetzt habe. Er hat gesagt, wenn das Server-Mashing da ist, dann ist die globale Persistenz möglich und dann wird es wahrscheinlich so sein, dass keine Vibes mehr möglich sind. Das wird wahrscheinlich der Zeitpunkt sein, ab dem es keine Vibes mehr geben wird. Das hat er gesagt. Aber, sie haben natürlich auch immer neue Erkenntnisse im Rahmen dieser Entwicklung und ich glaube, ich habe das auch sehr deutlich formuliert, diese neuen Erkenntnisse, die sie jetzt haben, die neuen technischen Herausforderungen, all das, das ist Neuland. Das ist wie, weiß ich auch nicht, die ersten Siedler aus England und Europa, die den, äh, heute US-amerikanischen Kontinent erobern und auf Indianer treffen. So, ja, das ist jetzt vielleicht ein doofes Beispiel, aber die bauen eine komplett neue Technologie und da hast du jetzt in Teilen wiederum recht, Mitch, wenn du sagst, was schert mich mein Geschwätz von gestern, wobei das klingt sehr negativ, ne? Es war einfach, damals hatten sie das Verständnis, heute sind sie eben einen Schritt weiter, haben ein Stück weit mehr Verständnis bekommen und haben auch begriffen, nee, nee, so wie wir das geplant haben, funktioniert das nicht. Also das, was hier gebaut wird, das ist einmalig und, also nicht einmalig, aber das ist Neuland. Das ist etwas komplett Neues und deswegen können wir uns nicht darauf beziehen, was sie vor einem Jahr oder vor zwei oder möglicherweise drei, vier Jahren gesagt haben. Jeder, der ein bisschen mit Entwicklung zu tun hat, also mit Softwareentwicklung, Webentwicklung, hau mich tot, whatever, der weiß, selbst bei kleinen Projekten hast du einen Punkt, wo du dir vorgestellt hast, ich mache das in der Reihenfolge 1, 2, 3, 4 und nachher mache ich es in der Reihenfolge 5, 2, 3, 4, 1 oder wie auch immer, weil ich einfach merke, so komme ich besser voran. Und bei so einem komplexen Projekt eben wie Star Citizen, möchte ich nicht wissen, wie oft die da irgendwelche Reihenfolgen, Pläne, whatever, über den Tisch werfen und sagen, okay, wir müssen neu anfangen. Wir haben es ja immer wieder in der Vergangenheit gesehen und genauso kannst du dir die Sache jetzt mit der Persistenz erklären. So einfach ist das. Ja. So, machen wir weiter. Was haben wir noch? Mit meinen Inhalten bin ich soweit durch. Also wie gesagt, als Resümee muss ich sagen, es war total wichtig, essentiell, dass sie dieses Star Citizen Live gebracht haben und dass sie einfach mal wirklich die Karten auf den Tisch gelegt haben, wo sie gerade stehen und welche Probleme sie haben. Und zwar nicht so, wie gesagt, wie gesagt, es war total wichtig, sondern wie gesagt, es war total wichtig.